So, jetzt haben wir alles. Alles ist angekommen. Ich habe eine neue Corsair Maus, Tastatur und Mauspad. Das werde ich jetzt auf Herbst und Nieren testen. Ich habe die K65 ohne NumPet seit drei Jahren. Das ist eine super Tastatur, aber ich habe Ohrringe drauf gemacht gegen die Lautstärke. Das findest du laut. Also ich drücke jetzt natürlich übertrieben laut. Kennt noch jemand meine Blue-Switches von früher, als ich noch ohne Bonja gestreamt habe? Die waren geil. Das fühlt sich irgendwie an. Das fühlt sich sehr neu an alles jetzt. Ich mag es, wenn die Tastatur ein bisschen laut ist. So, Leute. Was ist denn passiert? Ich brauche Alkohol. Brauche mal ein bisschen mehr Sound. Die boxe ein bisschen lauter. So, der Alkohol läuft. Wir haben 7000 Mark. Bier wird nass. Na, das Bier hält das aus. So, wir können jetzt Kaffee machen. Ich glaube, ich bin auch immer stuck, weil ich will Oma besuchen. Aber Oma ist nicht zu Hause die ganze Zeit. Was können wir denn noch machen? Ich habe beim letzten Mal geträumt, dass ich von einem Zug überfahren wurde. Gut, dass das nicht in Glücklichkeit passiert ist. Es ist Freitag. Dann lass noch mal zur Tanke. Und wir verteilen ein paar Flyer. Würde ich sagen. Warte mal. Ich sollte vielleicht noch ein extra Küste Bier mitnehmen. Ach, warte. Wir kommen an der Tanke vorbei. Kann ich auch noch eine kaufen? Dann haben wir zu Hause ein bisschen mehr. Oma war noch nicht daheim. Noch gar nicht. So. Hat nur eine Stufe. Abfahrt. Oma ist Gülle fahren. Ich habe keine Ahnung, was Oma macht. Ich hoffe, die lebt noch. Jetzt erstmal die Ab... Also es fühlt sich so komisch, eine Tastatur mit Ablage zu haben. Weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Aber ich probiere es erstmal. Hinten wir später mal ab und vergleiche nochmal. Alkoholsucht, wenn hier eine halbe Kiste im Trecker nicht reicht. Ey. Freundchen, das ist keine halbe Kiste mehr, ja? Das sind nur noch... ...sieben Flaschen von... ...zwanzig. Auf jeden Fall nicht mehr eine halbe Kiste. ...warte mal. Hier mal fünf, oder nicht? Ah, hier mal sechs. 24 sogar. Das ist ja... ...ääh... ...sehr viel unter der Hälfte. Und ich meine, wir sind schließlich in Finnland. Apropos Finnland. Habt ihr gelesen? In Finnland ist es Tradition... ...besonders hervorstehenden und internationalen... ...erfolgreichen Sportlern... ...ein Stück Land... ...zu schenken. Vom Staat. Ratet mal... ...wer jetzt gerade ein Stück Land geschenkt bekommen hat. Richtig. Es ist Serral. Der StarCraft II Spieler Serral... ...hat ein... ...großes Stück Land... ...geschenkt bekommen. Fand ich mir nicht geil. Naja, man kann halt sagen... ...in Finnland kann man es halt machen... ...da wohnt halt auch niemand. Die haben so viel Land... ...die wissen gar nicht hin... ...wohin mit ihrem Land... ...aber trotzdem... ...eine sehr anerkennende Geste. Was macht er denn mit dem Land? Ja, keine Ahnung... ...müsste mal Serral fragen. Wie viel denn? Habe ich nicht... ...ähm... ...ein Grundstück. Also... ...wohl eins... ...wo man auch ein Haus bauen kann und so... ...aber ich weiß nicht genau wie viel. ...und wo... ...keine Ahnung... ...jetzt durchleckert mich doch nicht mit Fragen... ...zu Serrales Leben. Ich habe doch nur... ...ich habe doch nur die Headline gelesen... ...und hatte keine Lust den Artikel zu lesen. Und wann? Wann war letztens... ...vor einer Woche oder so? ...die Leute? Nur Headline lesen ist sehr gefährlich. Warum? Wartet sonst jemand bei mir zu Hause, wenn ich... ...wenn ich nur die Headline lese. Oder warum ist das denn gefährlich? Okay, wir fahren erstmal... ...in Richtung Tanke. Mal gucken, ob wir ein bisschen... ...ein paar Flyer austragen dürfen. Hast du Matthäus Empfehlungen... ...Jerks geschaut? Nein, noch nicht. Aber die haben heute hier schon wieder... ...ausführlich... ...drüber gesprochen... ...an die Jens und Matteo. Und ich bin... ...nicht abgeneigt, die Serie mal zu testen. Ich habe jetzt, nachdem ich jetzt... ...die aktuelle Season von... ...Haus des Geldes geguckt habe... ...und sie sehr approve... ...habe ich jetzt... ...gestern angefangen... ...mit der ersten Folge... ...der aktuellen Staffel Suits. ...die muss ich jetzt erstmal gucken. Wieso, dann möchte ich gucken. Weil es einer meiner absoluten Lieblingsserien ist. Aber ich habe die Staffel mir auch gewahrt... ...erst mal ein bisschen. Und gucke sie jetzt... ...immer eine Folge am Abend. ...und das reicht mir auch erstmal in Serien. Weil ich will auch keine Serien mehr bingen. Wie man sagt... ...in Jun-Jagout. Das ist mir auch zu viel. Ein, zwei Episoden oder so. Sagen wir mal eine lieber. Dann genießt man das vielmehr. Das will ich. Ich will auf alle Details achten. Und alles genau... ...reinziehen. Äh, reinziehen. Hier kann man einen Nerd sehen. Meinst du Jerks? Das ist irgendwie auch so ein extra... ...äh, wir können nichts, aber haben Geld-kanal. Wie heißt auch nochmal... ...äh... ...join. Genau, join. Das ist mir mal ein schönes Lied jetzt hier im Radio. Boah, ich muss sagen... ...ich fahre mittlerweile echt richtig gerne... ...einfach mit dem Trecker durch die Gegend. ...ein komplett anderes Spielerlebnis. Toll entspannt. Pro-7-Mediathek? Von wem ist join? Von Pro-7? Was macht das Alter? Äh? Wieso? Kann man als junger Bub nicht entspannt mit dem Trecker rumfahren? Ich bin noch als 25. Von Pro-7? Woher zu Pro-7 wäre eins. So, da ich erst davon geträumt habe... ...dass wir vom Zug überfahren werden... ...achte ich jetzt besonders darauf... ...ob hier Züge kommen. Euro Truck Simulator Incoming? Nee. Die finde ich langweilig. Trecker fahren in Finnland. Das ist der Shit. Das ist der Shit. Äh? Elmonoliter, hast du das auch geträumt? Hat man denselben Traum? Das ist ja komisch. Warte mal, läuft im Radio gar nichts mehr jetzt. Man kann seinem Schicksal nicht entgehen. Äh. Okay. Aber woher... ...woher weiß ich denn, dass es mein Schicksal ist? Das macht keinen Sinn, ne? Nee. Da steht Schicksal drauf. Ah, okay. Oh, es läuft wieder was. Seit wann läuft der neue Run? Seit letztem Montag. Sind aber noch nicht lange drin. Ein paar Sachen haben wir schon gemacht. Wir haben zum Beispiel die drei Autowracks abgeschleppt. Aber ansonsten ist der Run noch recht jungfräulich. Bei Erdbeeren haben wir gepflückt. Stimmt. Äh. Ich hab geträumt, dass ich die aus dem Weg geräumt habe. Und ich hab geträumt, dass wir das dritte Wack auch schon gefunden hatten. Hm. Vielleicht noch nicht hier zu sein. Äh. Er ist ja noch zu Hause. Mist. Ich mach trotzdem mal. Ich räum mal kurz ein bisschen auf. Bei mir Gewitter? Was? Krieg ich eigentlich noch Geld? Entschuldigt mir Geld? Nee. Ich will auch mal wieder ein richtiges Gewitter haben. In Hamburg war jetzt richtig lange kein Gewitter. Regnet immer nur ein bisschen. Gab dieses Jahr noch kein richtig fürchterliches Gewitter bei uns in Hamburg. Letztes Jahr gab es dann dauernd welche. Dies Jahr gab es dann nur noch. Hatten wir im April oder so? Wirklich? Das ist ein Gewitter nice. So. Den anderen ziehen wir aber nächstes Mal. Habst du, Tanke? Wir wollen Flyer verteilen. Brauch mal ein Bier, Leute. Lock wieder MSC. Jo. Härt er auf einer Felge. Nein. War auf richtigen Treckerreifen. Was für Flyer sind die neu? Ja, seit dem letzten Patch kann man Flyer verteilen. Jeden Freitag liegen die an der Tanke aus. Und dafür soll man auch Geld bekommen. Und Geld ist gut. Denn mit Geld können wir uns neue Motorteile kaufen. Und mit neuen Motorteilen können wir einen ordentlichen Rennwagen zusammenbauen. Die Frage ist, habe ich nur geträumt, dass wir uns die Autoreifen schon nach Hause gebracht haben? Oder war das Realität? Wie heißen die Motoren, die aus der Haube herausschauen? Äh. Geht's Ihnen gut, Sir? Haben Sie keine Augen im Kopf, oder was? Alter. Was ist ein Armleuchter? Was ist eigentlich ein Armleuchter? Also das Wort. Also eine. Das stimmt, Armleuchter. Armleuchter. Eine Leuchte, die man auf dem Arm hat. Warum ist das denn ein Schimpfwort? Also ein Schimpfwort. Warum nennt man dann jemanden Armleuchter? Stehe ich nicht. Woher kommt das? Hat das was vielleicht mit Armut zu tun? Armleuchter. Mussten vielleicht früher arme Leute draußen stehen und leuchten? Weil es kein helles Licht ist. Das könnte auch sein, weil es armes Licht ist. Armleuchter kommt aus dem Mittelalter, weil es kein Kronleuchter ist, sondern zu Arm in einem Leuchter. Aka eine Handlampe. Man merkt, dass Niklas Philo studiert hat. Leider. Oh, vielen Dank. Ich habe auch Physik studiert. Denkt man das auch? Armleuchter, Kandelaber und Irandolen sind Sender für Kerzen oder Leuchten, die sich über einem Sockel und einer zentralen Säule in mehrere Arme verzweigen. Und so die Aufnahme mehrerer Leuchtelemente ermöglichen. Okay. Niklas, was ist eigentlich mit dem Politikstudium? Das habe ich auch schon abgeschlossen. Als nächstes würde ich am liebsten eigentlich Medizin studieren. Musik ist zu leise. Okay, wer möchte, wer findet, dass die Musik zu leise ist? In dem Satz, man ist immer eins. Wer möchte, dass die Musik so bleibt? Zwei. Okay, das ist immer nichts. Seit ihr heilt so, wie es ist. Da müssen sich nichts dran rütteln. Lästig, ne? Lästig nichts dran rütteln. So, glaube ich. Zu laut? Wer möchte, dass ich ein bisschen leiser mache? Wir müssen mal resetten. Okay. Wer möchte, dass ich ein bisschen leiser mache? Eins. Ein bisschen, äh, so bleiben. Zwei. Zwei. Auf jeden Fall zu laut, aber trotzdem lauter. Na, komm jetzt. Na, komm jetzt. Okay. Eins. Okay, ein bisschen leiser. Ich versuche jetzt mal, in diesem Rad zu drehen, an meiner neuen Corsair-Tastatur. Und es geht. Wir haben ein Rad. Machen wir so. Unfassbar. Guck mal, ich kann jetzt die ganz schnell hochdrehen. So schnell kann ich drehen. Geil. Eins war lauter? Nö. Eins war leiser. Das war das zweite Boot. Ist das ein neuer russischer Landwirtschaftssimulator? Das ist der finnische Lebens-Simulator. Hier lernen wir das finnische Leben in realistischer Art und Weise kennen. Finnland ist übrigens eins der wenigen Länder, in die ich gereist bin. Beim Heldenkir. Für ein paar Tage. Bei der Serilcon. Aber da gab es Seril noch nicht. Äh, vor... Wann war denn das? Damit war ich mit Patience. Von Alien Invasion. Dort. Ich hab den betreut. Da gab es Sponsor schon. Das muss 2013 gewesen sein. Guten Tag. Haben Sie Flyer für mich zum Verteilen? Oh. Komm, wir verteilen mal ein paar Flyer. Da sind die aktuellen Preise von den, äh, von den Tankstellen, äh, Sachen da drin. So, und wir wollten noch eine Kiste Bier mitnehmen, ne? Wie lange ist das her? Also ich glaube, das ist 2013. Da gibt es sogar noch ein Interview. Die Tastatur geht noch nicht hier, weil ich sie im Spiel angeschlossen habe. Ja, aber warte mal. Alt-Tab geht? Hä? Äh, Euro-Zeichen geht? Welche Taste klemmt dann? Äh, irgendwas stimmt hier. Äh, äh, Alt-Griechisch klemmt? Okay, jetzt geht's. Komisch. Äh, grubby, interview, bonjour. Ja, 2014. Guck mal, wie ich da aussehe. Äh, äh, äh. Und dann gab's noch, auch dort, kennt ihr den noch? Äh, wird er so geschrieben? Kennt ihr den? Hallo? Und grundsätzlich ist Korea einfach sehr... Kennt ihr nicht jemand? Also zum Beispiel, wenn ihr Publikum Transport habt, das ist super billig. Pakt, die kosten vielleicht ein Drittel, wenn ihr überhaut. Kalter. Und dann noch mit Patience. Das war der Spieler, den ich betreut habe. Äh. Wieso taucht das hier nicht auf? Ich glaube, Patience. 17 war der da! Guck mal! Damals, als ich mir noch richtig Mühe gegeben habe, Videos zusammenzuschneiden. Guckt uns das jetzt an. Jetzt machen wir einfach alles live. Vollidioten. Okay. Äh. Habe ich das Bier? 149 für eine Kiste Bier. Das ist aber auch teurer geworden. Okay, dann gehen wir mal ein paar Flyer austeilen. Okay. Okay. Gucken wir mal, wer alles im Briefkasten hat, ne? Müssen wir tanken? Oh, ich muss tanken. Hör mal ein bisschen Heizöl rein. Hör mal ein bisschen Heizöl rein. Hör mal ein bisschen Heizöl. Hör mal ein bisschen Heizöl rein. Und ich weiß nicht, ob man dadurch sterben kann. Ich weiß nicht, ob man dadurch sterben kann. Ich werde es aber nicht riskieren. Ich werde es nicht riskieren, ist mir gerade eingefallen. Seitdem mir eine Hummel ins Auge geflogen ist, weil ich keine Windschutzscheibe mehr habe und ich daran gestorben bin, traue ich diesem Spiel alles zu. Es wird ab sofort nicht mehr an der Tankstelle geraucht. Damit das klar ist. In-Game und in der Realität ist das schon passiert. Okay, wir haben kurz Zeit, uns nochmal ein aktuelles Bonge-Highlight anzusehen. Oh, das war das Lager. Da ist das Rad blockiert. Kugellager im Arsch. Rad blockiert und weg ist er. Das war schon vorher fast im Arsch. Und da ist es dann zum ersten Mal komplett blockiert. Meizel ist günstig. 87. Mag nur. Handy ging nicht kaputt, tatsächlich. Es ging nichts kaputt. Es ist auch alles gut, nur hier eine Schürfwunde. Der Sturz, der hat sich erst so angefühlt, als wäre ich gestorben. Ich habe kurz gedacht, ob ich mich gefragt habe, ob ich tot bin. Wie ist der Tank noch offen? Na ja, aber es ist ja nur eine Schürfwunde, ne? Hätte es schlimmer sein können. Ich hätte euch vor, beim Abbiegen oder so im Straßenverkehr. Das wäre halt kacke gewesen. Aber Glück im Unglück. Es wäre mir daraus, wenn das nächste Mal das Kugellager anfängt zu quietschen, dann fahren wir da gar nicht mehr mit. Dann gehen wir zu Fuß. Wie viele wohnen denn hier? Fünf Leute? Oder ist das für die ganze Siedlung? Wie läuft denn das in Finnland? Was muss ich jetzt machen? Äh. Äh. Really? Leute, warum denn? Einfach den Boden? Ah, nee. Ah! Oh Mann, ich wollte jetzt Flyer austeilen. аже Performance. Kaarten 합a Obükoııııııııııııııııııııııııı, Ich hänge mit der Gabel fest. Äh. Was machen wir jetzt? Kriegen wir neue Flyer? Oder gibt es nur einen Flyer? FML. Was ist mit Onkels Scheißelaster? Damit wir Onkels Scheißelaster bekommen, müssen wir erstmal Oma treffen, aber Oma ist nie zuhause. Wir fahren nochmal bei Oma vorbei jetzt. Vielleicht ist Oma jetzt zumindest zuhause. FMM? Nee, FML. FMM ist Frankfurt am Main. Da war ich schon mal. Bei einer Film-Messe. Edit. Film-Editor-Messe. Die Edit. War da schon mal jemand von euch? In Frankfurt bei der Edit Filmmaker Festival. FMM ist nicht Frankfurt. Ist auch Frankfurt. Oder Fortnite. Äh, Porno, meine ich. Ist ja das gleiche, heutzutage. Versteht niemand? 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 Okay. Okay. Gott sei Insider. Dann trinken lieber ein Bier und halt die Fresse. Ich muss gleich mal gucken, ob mir schon jemand geschrieben hat bei Discord. Ob jemand ein Schlafplatz hat für mich nächsten Freitag in Köln. Ich meine, das ist wirklich ernst. Ich will eigentlich in Köln schlafen am Freitag. Ich will eigentlich in Köln schlafen am Freitag. Dann müssen wir beim nächsten Mal besser aufpassen, wenn wir das nächste Mal Flyer bekommen. Dann müssen wir beim nächsten Mal besser aufpassen, wenn wir das nächste Mal Flyer bekommen. Hier geht's zu einer Todesstelle. Da haben wir einen Wagen gefunden mit einem Westennest. Leider sind wir Allergiker und sind an dem Westenstich gestorben. Das war bisher der weiteste Run. Im Club Zügellos gibt es immer Schlafplätze. Okay. Schauen wir mal an. Ich habe eine leere Wohnung in Leverkusen. 15 Minuten mit der Bahn zur GC. Dann schreiben wir doch mal einen Discord. Wobei, eigentlich, natürlich, am liebsten würde ich in Köln direkt schlafen. Aber vielleicht gibt's ja niemanden. Ich will auf jeden Fall schon am Freitag da sein. Ich habe mich aber zu spät drum gekümmert, deswegen habe ich jetzt nichts. Mein Fehler. Eine leere Videoüberwachung. Hm. Gibt's in Köln einen guten Skatepark, liebe Kölner? Da. Stromplatte. Direkt vor der neuen EZB. Ich überlege gerade, welche Stadt ich als nächstes besuche mit einem Realized Backpack. Oh, ich habe gerade die Idee, Leute. Ich werde als nächstes nach Lübeck und euch meine alte Stadt zeigen. Ich habe die Idee, am Samstag. Wenn ich Samstag noch nicht angeln kann, weil das noch nicht geklappt hat mit einem Angelschein, mit einem Fischereischein verlängern, weil ich das mit einem Abend nicht hinbekommen habe, dann werde ich einen Lübeck-Trip machen. Ich bin in Lübeck ein Skatepark. Habe ich noch nie nachgeguckt. Ja? Okay. Wenn wir in Lübeck sind, dann zeige ich euch meine alte Hood. Und dann werden wir auch einen Skatepark suchen. Kanalstraße. Für einen Skater wie dich ist doch alles ein Skatepark. Ja, Mann. Wie wäre jetzt mein Skatepark? So, ist Oma zu Hause. Ein Elbow-Grind kann man überall machen. Das ist korrekt. Mein bester Trick. Mann, ich hätte so viele Flyer austeilen können, ey. Jede Stadt ab 10.000 Einwohner hat einen Skatepark. Ist nicht eine Stadt erst eine Stadt, wenn sie 10.000 Einwohner hat? Ab welches Kriterium muss man erfüllen, um eine Stadt zu sein? Und nicht ein Dorf. Man kann auch historisches Stadtrecht haben. Nach der Größe in Landstadt, Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt, Millionenstadt, aber auch in Weltstadt, Megastadt, Metastadt, Stadtregion oder Ballungsraum, Megalopolis, Global City, Megaplex. Großstadt aber 100.000. Also die kleinste Stadt, die ich kenne, ist Nordhoff. Da komme ich her. Die ist wirklich richtig klein. Und das ist eine Stadt. Kennt ihr jemanden von euch Nordhoff bei Neumünster? Da komme ich her. Aus dem Umland. In Nordhoff haben meine, hat meine Mutter mit meiner Schwester und meinem Papa zusammen jetzt dieses Jahr im Februar einen ambulanten Pflegedienst gegründet. Wenn ihr aus dem, wenn ihr aus dem Umkreis kommt, Nordhoff Land und pflegebedürftigte Verwandte habt, meldet euch gerne beim Pflegedienst Ella in Nordhoff. Oh. Oh, oh. Alter, da macht auch gar keinen Platz da. Mann, ey. ganze Zeit fährt er hier rum, man macht niemals Platz. In Lübeck habe ich studiert. Philosophie und Physik. Ich schaue nachher ins Discord. Mal gucken, ob mir jemand geschrieben hat. Hä? Glauben wir nicht? Können Sie das Gesicht lügen? Genau, das war mein Kriterium. Ich habe überlegt, mit welchen Buchstaben möchte ich was studieren und es war P. Es gab Philosophie, Physik und Pimmeln. Pimmeln konnte ich schon, deswegen habe ich Philosophie und Physik genommen. Ja. 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 Ich glaube, es ist schon zu spät für Oma, oder? Der Tag ist schon wieder rum. Was haben wir überhaupt geschafft? Also im Endeffekt habe ich eine Kiste Bier geholt. Ich meine, erfolgreicher kann Tag nicht sein. Jetzt kennen wir Niklas Family, Website war leicht zu finden. Ich weiß nicht, was du unterkennen verstehst. Und Flyer verloren. Fahren wir jetzt nochmal bei Oma vorbei? Das ist schon, das dämmert doch schon wieder, oder? Man würde nie freiwillig sagen, dass man aus Lübeck kommt. Was? Ich liebe Lübeck. Lübeck ist eine der wenigen Städte, wo ich wohnen würde. Außer Hamburg. Daneben sind noch, ist noch ein, könnte ich mir noch Dublin vorstellen. Was könnte ich mir noch vorstellen? Zum Wohnen. Ich fahre morgen zur Oma, der Tag ist schon zu spät. In Hamburg wohne ich. Was gibt es da noch für Städte? Lübeck, Hamburg, Dublin. Berlin möchte ich, glaube ich, nicht wohnen, aber Berlin finde ich total schön zum Besuchen. Also nicht, nicht, also nicht so schön, wie ihr jetzt denkt, so äußerlich, sondern von den inneren werden finde ich Berlin schön. Ich schalte mich gerne in Berlin auf. In Tokio oder Seoul würde ich nicht gerne wohnen. Das ist mir zu, das ist mir zu sehr. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, noch in Kalifornien zu wohnen. Irgendwo. San Francisco vielleicht. Da war ich aber noch nicht. Ich war ja jetzt erst in Los Angeles und in Anaheim, was ja ein Teil von Los Angeles ist, soweit ich das verstanden habe, aber halt der schöne Teil könnte ich mir vorstellen. Wobei, nee, das ist mir zu weit weg von meiner Heimat. Ich bin schon sehr heimatverbunden. Ist San Francisco nicht super dreckig? San Francisco soll eigentlich ziemlich nice sein, oder? Los Angeles ist super dreckig. Hamburg, Lübeck, Dublin. Das sind, glaube ich, meine drei Städte. Oh, oder Kanada. Stimmt, Toronto. Ich glaube, in Kanada würde ich auch gerne wohnen. Ich sympathisiere sehr mit dem Land Kanada. Ich finde, so ziemlich, ich mache, ich finde, alles nicht, also alles macht niemand richtig, aber Kanada macht sehr viel richtig, was man so von außen mitbekommt. Macht Kanada richtig viel, macht sehr, sehr viel richtig. Ich glaube, Kanada ist ein unfassbar schönes Land, um da zu leben. Was mit Island? Ich glaube, Island ist mir zu wenig los. In Kanada ist auch nicht viel mehr los, ne? Ja doch, mehr als in Island. Island wäre mir vielleicht ein bisschen zu wenig los. Also ein bisschen muss schon was los sein. Tschüss, Hamu. Hamu reist jetzt zurück in schöne Lübeck. Tschüss. Tschüss. Also Kanada könnte ich mir auch vorstellen. Eine Stadt in Kanada, ich weiß nicht welche, am besten ist Dublin, Lübeck und Hamburg. Was mit Australien? Mit Australien sympathisiere ich irgendwie nicht. So viele sagen immer, Australien ist schön und auch aus meiner Schulklasse waren viele in Australien. Einige sind sogar dort geblieben. Mit einigen meine ich genau eine Person, die ich kenne zumindest. Weiß nicht, ob es sind bestimmt noch mehr geblieben. Aber ich sympathisiere überhaupt nicht mit Australien. Weiß ich nicht. So, ein erfolgreicher Tag. Morgen gehen wir auch mal besuchen. Vielleicht seht ihr dann ja zu Hause. Wir haben Hamu und du euch eigentlich kennengelernt. Wir haben zusammen Physik und Philosophie studiert. Dabei haben wir uns kennengelernt in Lübeck. Was sagen eigentlich deine Pflegediensteltern dazu, dass du MSC auch mal in den Tee gepinkelt hast? Das ist niemals passiert. Keine Beweise. So. Dann gehe ich wohl mal ins Bett. Es ist noch so früh, aber ich kann auch nichts mehr machen. Ich kann auch mal einen Briefkasten und dann könnte ich einen Kaffee vorbereiten. Weil der Kaffee wird in diesem Spiel nicht kalt oder nicht schlecht. Kann er mal kurz beim Onkel klopfen? Ne, Onkel kommt nur angeblich, wenn man bei Oma war. Wir müssen erst einmal bei Oma. Einmal bei Oma und dann kommt der Onkel. Warum wieder von Anfang an? Bin gestorben. Mir ist nur Hummel ins Gesicht, ins Auge geflogen, als ich keine Windschutzscheibe hatte. Deswegen. Naja, ein kleiner Philosoph ist Niklas schon und mitteilungsbedürftig. Hat auch viele vernünftige Ansätze. Hört sich irgendwie so an, als wäre das so ein Satz mit Aber. Hä? Also davor. Also hä? Also ja, cool. Danke. I guess. Weiß ich nicht. So, ich will mal Kaffee machen. Fische gefangen. Oh. Wir können die Fische aber noch nicht zubereiten. Ich habe keine Kohle gekauft, Leute. Ich brauche erst Kohle. Okay, das nächste Mal, wenn wir bei der Tanke sind, bitte mal mich daran erinnern, dass ich Kohle kaufe. Nö, war kein Armer. Jemand hat gefragt, wie das Konzept mit Philo und Physik zusammengehört. Das Bonge-Wa-Konzept. Ach so, okay. Ey, ist doch hochphilosophisch hier. Und Physik haben wir auch. Überall. Physik hat man überall. Liegt Kohle nicht an der Ecke am Haus? Einmal muss ich Kohle kaufen. Einmal muss ich Kohle kaufen. Nur ein Sauf. Äh, ein Sauf. Sauf, Sauf. Nee, die Tüte ist Feuerwerk. Das Feuerwerk, was ich gefunden habe. So, ich mache noch ein bisschen Kaffee. Okay. Mmh, mmh, mmh. 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 Essen nicht vergessen. Ja, ich warte noch ein bisschen, weil ich habe noch nicht so... Oh! Der will Feuerholz von uns! Oh, das gibt richtig viel Geld! Schaffe ich noch Holz hacken? Ich könnte einen Kaffee trinken. Ich trinke einen Kaffee. Geil, Mann. Wir machen richtig Progress. Jetzt muss ich aber erst auf einen Kaffee warten. Hm, was esse ich heute noch? Ich esse mal die Pizza. Ah, ich war ja bei... Ja, Mann. Ich habe nicht nur Kohlen vergessen, sondern auch mehr Flaschen für mein Alkohol. Wie viel haben wir? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf? Da sind wir noch eine versteckt. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf haben. Wir brauchen noch acht. Mist. Geht zu Oma. Es ist Nacht. Es wird gerade Nacht. Oma wird jetzt nicht mehr draußen sitzen. Wir besuchen Oma morgen als allererstes. Pack mal eine Wurstpackung auf dem Herd. Äh, äh. Wendet ihr mein Haus ab? Wie spät ist das? Geht mal bei Oma. Ja, bei Oma. Stimmt. Sorry. Ich habe leider kein Deutsch studiert. So, es ist zehn Uhr dreißig bereits. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe erst schlafen und dann Holz hacken. Aber den Kaffee würde ich trotzdem noch fertig machen. Was machen wir denn in der Zeit? Können wir irgendwas tun? Also bauen werde ich noch nicht. Bauen mache ich erst, wenn ich das neue Werkzeug habe. Äh, wenn ich die neuen Teile habe. Geräumt haben wir. Dann saufen wir jetzt noch einen rein. Wenn ich jetzt zu den Holzteilen gehe, dann muss ich wieder zurückrennen, um den Kaffee vom Herd zu nehmen. Hm. Oh, er kocht. Lass ihn noch mal kurz stehen. Hallo, Mr. Schauer. Na? Heute schon geduscht? Na klar. Geil. Ich noch nicht. Ich dusche heute Nacht. Ich bin Abendsduscher. Wer von euch ist Abendsduscher oder Morgensduscher? Abendsduscher eins, Morgensduscher zwei. Was mein hier? Ist der fertig? Morgensduscher. Oh, mehr. Morgensduscher. Aber nur knapp. Morgensduscher. Noch eine gute Nachtzigarette zu Ende rauchen und ab in die Haier. Gut. Morgensduscher. Wann schwitzt doch in der Nacht? Schwitzt nicht nachts? Oh oh. Ist das unser… Äh… Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Guck mal, was das für ein Scheißwetter ist. Boah, war es wirklich? Ich habe doch nur den Trecker. Kann der im Trecker überhaupt mit? Der kann doch gar nicht hier drin sitzen, oder? Kann mal jemand im Wiki gucken? Nicht, dass ich es umsonst fahre. Lassen wir es, oder? Dann macht ja gar keinen Sinn. Dann macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja toll, aber jetzt bin ich wieder wach, aber nicht mehr müde. Und es ist jetzt Mitternacht oder wie spät? Drei Stunden habe ich nur geschlafen. Vier. Okay, gut. Ja, jetzt bin ich wach. Den abholen kommt nicht in Frage. Dann gehe ich jetzt holzacken. Den kann ich nicht mit nach Hause nehmen. Da brauchen wir erst ein anderes Auto für. Das war ein Blitz, da gehe ich nicht ran. Da wäre ich gestorben. Wäre man da jetzt reingegangen, wäre man gestorben. Das meine ich nicht aus Witz. Äh, der Strom ist ausgefallen. Okay, Leute. Ich speicher lieber mal kurz. Ich hab das Gefühl, es passiert gleich was. Vielen Dank für die Subs von SICK für 16 Monate, schreibt Kleiner 3. Kiro für 4 Monate, schreibt Schnellen Abbiegebier 2. Mu für 22 Monate, schreibt Bald sind 2 Jahre. Und WC-Fan hat 13,37 Euro Trinkertage gelassen und schreibt IRL Biergeld. Außer neu gesubbt, Frodo Warrior für 28 Monate. Lieben Dank. Turbo Taube auch noch mehr dabei, 18 Monate. Danke, danke, danke. Oh. Weichern hat den Regen weggemacht. Jo, morgens. Okay. Dann haken wir halt Holz. Eventuell ist jetzt der Van da vom Onkel. Der ist doch nicht selbst gefahren. Der fährt nicht selbst. Ich glaub, wenn man ihn nicht abholt, fährt er nämlich mit einem Bus. Dann wartet er, bis der Bus da ist. Nee. Ah, Licht da. So, hack mal eine Runde Holz. Äh, okay. So, hack mal eine Runde Holz. Fahrt in die Weltuntergang Man kann einen Van freischalten und einen Tanklaster, das weiß ich alles Man muss halt einmal Oma besuchen Und Oma ist nur da Bei gutem Wetter und auch nicht immer Okay, arbeiten wir eine Runde Äh, wo ist denn die Axt? Den Anhänger noch mal ein bisschen weiter nach vorne Ja, wo ist denn die Axt? Ja, wo ist denn die Axt? Ja, wo ist denn die Axt? 13 Leute nur Im Traktor braucht man keinen? Ja, wo ist denn die Axt? 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 Ja, wo ist denn die Axt?